Die habe ich total vergessen. Guten Morgen. Was machst du denn hier? Du, ich glaube, da will jemand unsere Schule kennenlernen. Aha, jetzt verstehe ich. Du willst also auch in die Musikmittelschule Lingenau. Ich bin Leon. Und ich bin Lara. Komm doch mit uns mit. Wir zeigen dir unsere Schule. In der Musikmittelschule Lingenau haben wir viele verschiedene Fächer. Einige kennst du von der Volksschule. Andere werden neu für dich sein. Aber keine Angst, die Lehrer sind recht hilfsbereit. Yippie, jetzt geht's zum Turnen. Und, hast du auch schon Hunger bekommen? Ja, und wie? Nein, nicht du. Ich meine dich. Bei uns in der Schule kannst du Mittag essen. Und das gemeinsam mit deinen Freunden. Nachdem wir uns nach dem Mittagessen im Freien ausgetobt haben, folgt nun die Lernzeit, in der wir die Hausübung machen oder auf einen Test lernen können. Psst! Sei leise, wir sind am Lernen. Hoppla, das habe ich ja ganz vergessen. In der Lernzeit sollten wir leise sein. An der Musikmittelschule erhältst du auch Einzelunterricht auf deinem Instrument. Ohne Pause, also ohne Luft holen. Da spielen wir einfach durch. Und, bist du bereit für unsere Schule? Schau dir auf alle Fälle noch unsere weiteren Videos an. Dort kannst du uns beim Musizieren zuhören und zusehen. Wir freuen uns auf dich!